Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist Samstag, der 24. März und 10.07 Uhr. Ja, endlich ist mein erstes Video hier aus Köln online für euch. Nämlich genau dieses, was ihr gerade schaut. Der Techniker war vor ein paar Minuten da. Ich bin wieder online. Das heißt RobinTV auf YouTube. Erstmal eine kleine Geschichte. Wie viele von euch wissen, bin ich am 15.01. nach Köln-Märkenich gezogen. Habe seit dem Zeitpunkt kein Internet gehabt. Bis vor ein paar Minuten. Ja, ich bin richtig froh, wieder online zu sein. Ja, was hat sich getan in der Zeit? Knapp 1700 Abonnenten habe ich jetzt. Das finde ich super. Danke, danke für die, die auch hier geblieben sind. Auch wenn ich keine Videos hochgeladen habe. Oder habe. Ja, was gibt es dann noch großartig zu sagen? Ich werde nächste Woche Donnerstag operiert. Das heißt, es müssen leider schon wieder Videos ausfallen. Aber ich werde jetzt erstmal heute und morgen erstmal einen ganzen Satz Videos hochladen. Und wenn ich dann in einer Tag bis zwei Wochen wieder da bin, dann legen wir so richtig los. RobinTV aus Köln. Damit Ciao mit V. Euer Robin. Und lasst uns viel Spaß haben.